Musik Hallo Leute, in erster Sekunde kommt zurück bei 1, 2, 3, FG-Tisch. Jetzt hätte ich beinahe Brutal-Drum gesagt. Ich weiß, wir können auf jeden Fall nicht hier... Ja, Gegner verschwinden leider. Hehehe, was hehehe. Los, los! Was auch immer sehr verstörend ist, wenn man den verzerrten Funk hört, ja, über das Scrum-System. Geht das Licht aus, ist es nicht gut. Die sind überall! Die sind überall! Die sind auch ein sehr gruseliges Spiel. Auf weiten Teilen der Strecke, weil es einfach im Finstern spielt und man eigentlich in der Geräusch wird permanent. Aber definitiv eines der besten Shooter, das war schon ein bisschen älter von 2004. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, ich glaub's mir damals nicht passiert. Aber genau ein Englischschiff, also. Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 4! Wir sitzen im Alfa-Labor fest! Kommandozentrale, hier Feuerteam 2! Hauptenergiesysteme in der Sub-Ebene sind ausgefallen! Nur Hilfsenergie und Hilfserhaltung warten! Fehle zedile Opfer! Hier herrscht Chaos! Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern! Okay, an dem hab ich beim Naschen gestürzt, wie's aussieht. Ah, das war der Kerl, von dem ich die Pistole geklaut habe. Der würde jetzt so oder so sterben, es hat jetzt nix damit dazu, dass ich die genommen habe, oder so. Oh! Wolltet ihr einfach mit der Wartzange auf den Nuss gehen, das kann doch nix sein. Ach, sie kommen durch die Bände. Ist auch nicht gut. Oh mein Gott, die kommen von überall. So, aber gut, ich geh wieder zurück. Oh, oh! Hör auf mich! Ja, komm einfach mal ein Arm durch. Ich sehe aber nicht so, dass das ist das Problem. Es gibt Steuergeräte, bei denen man die Maschinen steuern kann. Das würde ich auch hoffen. Wir müssen aber noch Verrüstung sehen. Oh Gott, das ist so. Oh Gott, das ist so. Da haben sich die Brücke in, ja? Man kann sagen, was man will, aber du treuert einfach Stil. Ah! Noch mehr Sachen. So, wir werden eigentlich mit Sterbe-Gedäuschen auf unserem Funk. Ach ey, was ist denn los? Total reingenommen. Oh Gott, wir müssen hier raus! Oh, das ist die komischen Fliegeköpfe da. Ich hab nie rausgefunden, was das für Viecher sein sollen. Das sind auf jeden Fall keine Lost Souls. So, ich hoffe jetzt noch Lebensenergie und Rüstung. Oh, was war das? Auf jeden Fall habe ich ein PDA gefunden. Von Frank Delahue. Party im Delta-Labor. Hi Frank! Denkt daran, dass die Party dieses Mal früher anfängt. um 8.15 Uhr. Anforderungen von Sicherheit. Sehr geehrte USC Mitarbeiter, wir haben Ihre Beschwerde erhalten und werden Ihre Anfrage berücksichtigen. Sicherheit ist uns wichtig und wir werden alles tun, um Ihre Sicherheit USC-weit zu gewährleisten. Mit freundlichen Grüßen der USC Sicherheitsrat. Ursprüngliche Nachricht. Ich mache mir zunehmend Sorgen um meine Sicherheit und die meiner Kollegen hier im Untergrund. Es ist schon vorgekommen, dass Kollegen von der Schleuse zum alten Kommunikationsgebäude festsaßen und die Stimmung ist in den letzten Wochen immer angespannter geworden. Ich habe erlebt, wie sonst freundliche Kollegen plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen sind. An was will das nur liegen? Hiermit fordere ich offiziell zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an, sowie eine Untersuchung der Ursache für diese Atmosphäre. Der Angst. Frank Delahue. Audiolog von Frank Delahue. Technischer Leiter für die Stromerzeugung. 18. Oktober 2145. Der derzeitige Betriebszustand des Stromnetzes liegt 23% über dem Nennwert. Ich habe die Schicht für alle Mitarbeiter auf 12 Stunden am Tag verlängert, um den Bedarf zu decken. Die ständige und wachsende Last vom Delta-Komplex richtet ein Chaos an. Wenn wir diese Niveaus noch lange halten müssen, verlieren wir bald kritische Systeme. Ich bitte um die Genehmigung, Teile aus anderen Abteilungen einzuziehen, um unsere Ausrüstung im Stand halten zu können. Keine Ahnung, was da drüben in Delta los ist, aber ich tue hier, was ich kann. Die ständigen Anforderungen sind schlimm genug, aber die Gerüchte machen alles noch schlimmer. Wenn es nicht bald besser wird, ist hier bald der Teufel los. Das ist der Stichwort. Der Teufel ist nämlich schon los. Wir haben schon die Sterbegräsche. Jetzt wird ausgekommen die Probleme vom Delta-Laborsektor. Aber es gibt noch einen. Audiolog von Frank Dalyue, technischer Leiter für die Stromerzeugung, 24. Oktober 2021. Die Hauptverarbeitung hat immer noch mit Reklamationen zu tun. Zwei weitere Ventilüberlastungen dieser Einheit allein in der vergangenen Woche. Diese Überlastung können die Ventile beschädigen, was zu sehr gefährlichen Feuerstößen führen kann, die empfindliche Ausrüstungsteile in der Nähe entzünden können. Bislang wurde erst eine Verletzung infolge des Ventilversagens gemeldet. Das ist in erster Linie der schnellen Reaktion des Technikerteams zu verdanken. Unser Verfahren, den Fehlercode 842 in das Betriebsterminal einzugeben, hat sich als richtig erwiesen. Und ich empfehle, dieses Verfahren so beizubehalten. Wie ihr vorher gesehen habt, habe ich einen Mitarbeiter gerettet. Da vorne, wo ich einen Zombie abgeschossen habe, der auf den Zug gewankt ist. Der kann auch sterben, der Kerl, wenn ihr nicht schnell genug seid. Bringt euch zwar als keine Bohne oder sowas, aber ein nettes Gefühl in der Bargelegend. Oh, wie sieht das aus? Was sind das für komische Dinger? Oh, der Mann geht mit seiner Lateine. Oder hat es zumindest versucht, bis ich kam. Oh, der hat eine Shotgun. Oh Gott. Oh Gott. Ja, den habe ich ja toll. Ach, geschossen. Der hängt sich da mit der Hand ein. Wart's. Schluss damit. Sorry, unten gibt es noch ein Secret. Ich habe auch vorhin schon ein Secret gefunden mit dieser Plattform, die nach unten ging, wo ich diese zulässige Shotgun bekommen habe. Die wird es erst später geben, normalerweise. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ja. Wir haben schon teilweise Taktik, sonst sind sie in so einem Lebensenergie ziemlich schnell futsch. So, normalerweise gibt es hier erst die Shotgun, die Taktik sind im Regal. Wir kommen durch die Wände! Wir kommen durch die Wände! Ich stelle dich nicht so an. Es gibt natürlich auch Lebensenergie-Stationen neben den ganzen Mini-Packs. Die aber ziemlich raten Zäts sind eigentlich. Ja. Zu jedem neuen Feind gibt es natürlich immer so ein kleines Gegner-Intro. Das waren die normalen Standard-Dimps, die wir als Team 1 und 2 kennen. Und hier können wir durch. Allerdings nicht so, wenn das Feuer da schießt. Dazu müssen wir hier nämlich... Ah! Erstmal diesen Imp-Ausweichen. Toller die Rollfinanz. Seht vergessen. So, jetzt ist Ruhe. Nämlich. Ventileinsatz überladen. Fehlercode. Was heißt denn Fehlercode? Maler Betrieb. Ja, ich hab gehört irgendwas entfliegelt. Heißt das jetzt, ich kann hier... Nein, ich brauch den Fehlercode. Ach, das war im PDA. Das war's glaube ich, ich hatte gesagt. 20. Oktober 2145. Die Hauptverarbeitung hat immer noch mit Reklamationen zu tun. Zwei weitere Ventilüberlastungen dieser Einheit allein in der vergangenen Woche. Diese Überlastung können die Ventile beschädigen, was zu sehr gefährlichen Feuerstößen führen kann. Die empfindliche Ausrüstungsteile in der Nähe entzünden können. Bislang wurde erst eine Verletzung infolge des Ventilversagens gemeldet. Das ist in erster Linie der schnellen Reaktion des Technikerteams zu verdanken. Unser Verfahren, den Fehlercode 842 in das Betriebsterminal einzugeben, hat sich als richtig erwiesen. Und ich empfehle, dieses Verfahren so beizubehalten. Aha, 842. Hat sich das Ventil hier wieder stabilisiert, ihr seht's. Und wir können hier Sachen einsammeln. Wie zum Beispiel ein großes Medipack. Rüstung und Schrothülsen. War zwar jetzt nicht die Welt. Aber... Die Vision ist nicht verkehrt, wenn ihr mich fragt. Oh Gott, es ist hier dunkel. Viel zu viele Zombies. Oh, da ist noch einer. Oh, ich hab einen Üb gehört. Die haben immer mit ihren Feuerwellen. Die haben sich ganz schön stark verändert vor dem alten Doom. Sie sind nicht mehr so stark irgendwie für die. Was ich sehr, sehr gut finde. So. Mit Station, aber die brauche ich nicht. Gottfress nicht für die Kugeln. Ausweichen ist hier nicht so das Problem. Da die Feuerkugeln eigentlich ziemlich langsam unterwegs sind. Ah, mit einem Shotgun. Aua, 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 aua. Ja, je nach Gegner ist halt immer ziemlich anders da. Da musste man seine Taktik ein bisschen abspielen. Um Stellen. Ach, hier kam die Hand durch die Tür. Das war anscheinend der eine Impf. Solche Stellen gibt's in Doom 3 immer, immer wieder. Dass ein Impf hin zu der Tür wartet, der euch einfach mal anspringt. Einfach mal so. Ja, Moment. Aua. Das große Shotgun-Duell. Das habe ich wohl gewonnen. Da spratzt die Soße. Wunderbar. Da haben wir dazu wirklich jeden erwischt. Uh, da kommt ein Impf. Das ist vielleicht nicht so gut, wie ich's gerne hätte. Da müsste man sich einiges Munitionsfragen haben. Hier ist Sergeant Kelly. Wir kennen unseren Gegner nicht. Ich wiederhole. Angreifer-ID negativ, aber es sind brutale Dreckse. Wer das Hauptquartier nicht erreichen kann, stoppt seine Munition auf, festigt seine Stellung und bleibt auf Abschluss. Wenn man jetzt schon sehen kann, der erhöht die Schwierigkeitsmodus, fordert seinen Tribut, ich bin schon fast tot. Dank Medik, 370. Eben, so. Oh, okay. Oh, Moment. Das ist schwer, da kommen einfach mal Sachen runter, ne, Dick. Ich glaube, es hackt. Kommando-Zentrale, hier ist Team Bravo. Wir haben einen Toten und mehrere Verbundete. Wir kommen rein und brauchen sofort einen Sammy. Kommando-Zentrale, hier ist Feuerteam 2. Die Magnet-Warnstrecke von Mars City ist zerstört. Kein sicherer Transport zur Basis möglich. Ende. Alles klar, Feuerteam 2. Zurück zur nächsten Station. Errichtet dort einen Kommandoposten. Ende. Ich hab keinen Zugang zum Sicherheits-Terminal. Würde ich doch mal sagen, ich guck mich hier mal um. Äh, der lebt. Lebt, heh. Gott sei Dank. Korrigiere mich gern. So. Teilen uns mal. 70 Einheiten wären noch drin. Also wenn ich noch Lebensenergie brauchen würde, könnte ich das hier auffrischen. Kontroll-Terminal 1. Hauptgangsstörung gesichert. Oh. Da waren ihm. So, Mars City Untergeschoss. Kein Steuerung. Nicht adressiert. Wartung. Das Wartungslager kann ich entriegeln. Was war denn das Wartungslager? Schleise nicht adressiert. Garage auch nicht. Eingangsfächer. Eingangsfächer. Fach 2 wurde entriegelt am Anfang. Das war das hießes Fach. Aber wir wollen nachher in das andere Fach. Denn da gibt es nämlich noch eine schöne Waffe. Oh. Hier ist ein böser Bücher. Natürlich ein bisschen blöd. Der einzige Fernkampffach, was ich habe, ist die Pistole. Wo war denn dieses Wartungsfach? Bitteschön. Hat doch da gerade ein Wartungsfach entriegelt. Ah. Komische Geräusche. Da gehe ich nicht mehr lang. Vielleicht kommt noch ein Wartungsfach. Das könnte natürlich auch sein. Werden wir gleich sehen. Hoffentlich. Hoffentlich. Zurück zum Kontrollpunkt. Zieh da drüben. Ah. Da ist er. Meine Taschenlampe ist leer. Das stimmt eigentlich. Alle Einheiten. Hier ist Sergeant Kelly. Geht zurück ins Hauptquartier und wartet auf Befehle. So. Wir kommen. Shotgunpatron. Und das MG. Und das MG hat mich schon einiges lieber. Du machst die normale Pistole. Ich fand das immer sehr witzig, wie der raus lief. Ach. Im Original-Doom schon immer mit festgetackerten Armen. Ah. Und dem Grinsen auf dem Gesicht. Ist also der schwarze Mann im Aufzug. Aber trotzdem lustig. Alle Marine Einheiten. Hier ist Sergeant Kelly. Ich kann von meiner Position Marszüge nicht erreichen. Formiert euch am Hauptquartier neu und wartet auf Befehle. Endes. So wie es aussieht jetzt für uns so direkt. Kein Weg mehr zurück, weil die Treppe kaputt ist. Hier waren wir schon drin. Hey du. Hierher. Ein nicht mutiertes Wesen. Ich dachte ich sei der letzte Überlebende. Zum Glück habe ich dich gefunden. Etwas ist passiert. Ich weiß nicht was. Es lief wie eine Schockwelle durch die ganze Basis. Die Leute veränderten sich. Es war verrückt. Ich habe an den Ventilationsschächten gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Hol Hilfe. Bitte. Niemals. Ich bleibe hier oben. Nur hier ist es sicher. Ich glaube jetzt mal nicht, dass es hier oben sehr viel sicherer ist als unten. Aber okay. Dann bleib doch ruhig hier. Mir egal. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht was da drin ist. Ja mach mir noch Angst. Das ist okay. Auf jeden Fall gibt es eine Rüstung. Hier hast du dich irgendwas durchgefressen. Das sehe ich doch. Oh mein Gott. Ich habe keinen Kopf mehr erkehrt. Was zum Teufel was für ein Geräusch. Ah okay. Ich muss da durch. Ah. 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 Auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Aua. 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 Ach du Kacke. Gut. Für normale Zombo ist jetzt die Stumpflit jetzt von Golden ist ein bisschen krass. Aber. Ich habe die Panik. So ich habe ein PDA gefunden durch Zufall. Von Markus Stanton. Ne echt. Jetzt Kettensägen? Markus. Die Turtle bei Mixum haben sich mal wieder selbst übertroffen. Ich hatte eine Kiste Presslufthammer gefordert. Und gekommen sind mehrere Kisten Kettensägen. Aber kein einziger Presslufthammer. Was zur Hölle haben sie sich dabei gedacht? Was sollen wir auf dem Maß mit Kettensägen? Ich schicke sie zurück sobald ich die Zeit dafür finde. Inzwischen wäre ich dir dankbar, wenn du eine weitere Beschwerde beim Mixum einreichen und meine Presslufthammer weiterleiten könntest, wenn sie ankommen. Hm. Gute Frage. Was will man mit Kettensägen? Aber was will man mit Presslufthammern? Bis bald. Wenn du diese Mail erhältst, gehörst du zu den Personen, mit denen ich hier auf dem Mars zusammengearbeitet habe und die in meinem Leben einen Eindruck hinterlassen haben. Ich möchte dir mitteilen, dass ich nach einem letzten Einsatz im Delta Labor morgen den Mars und die USA verlasse, um andere Chancen zu nutzen. Du wirst mir fehlen und ich werde oft an dich denken. Die Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, werden sicher für den Rest meines Lebens halten. Ich bleibe auf jeden Fall in Verbindung. Sobald ich meine neue Adresse habe, gebe ich sie weiter. Ich hoffe, du kommst morgen Abend zu meinem Abschieds... Was? Abschieds... Umtrunk in die Küche von Mars City. Mein Shuttle fliegt frühmorgens am 16.11. ab und ich würde mich gerne persönlich von ihr verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Ray Gerhard. Wägen bis bald. Habst du ja eine Ahnung, wer dieser Typ ist? Vielleicht dieses schräge Honk aus dem Alpha Labor. Aber ich dachte immer, er hieß Alan. Gehe ich zu seinem Umtrunk? Ich würde normalerweise nicht hingehen. Aber wenn die Rechnung auf ihn geht und nachher ein paar Leute kommen, könnte es ganz lustig werden. Das ist ja richtig nett, ja? Der andere will sich verabschieden. Der andere geht nur zum Saufen hin, weil sie nichts bezahlen müssen. Ja, solche Leute gibt es aber auch mehr wieder. Ich habe kein Gesicht mehr. Ah! 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 Ich brauche den Shotgun! Au! 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 Ich brauche nämlich die Pistole her! Nein, das sagt Maschinengang habe. Ja, ab und zu bin ich seltsam. Voll das Gesicht weggefressen. Das ist ein ganz einfacher Trick. Immer wenn man dieses komische standische Rauschen hört, kommen meistens Sicherheitskräfte. Ah! Da klopft was, oh mein Gott. Ich brauche eine ICU Schlüsselkarte. Hm. Kennen wir das nicht? Das ist doch der Anfangsbereich, oder? Wo wir uns an unsere Tasche abgestellt haben. ACO-Karte. Munition. Station gesperrt. Telefon. Woll wahrscheinlich auch keiner rangehen. Kommandozentrale. Hier ist Spezialist Wilson. Mein Team ist fort. Sie sind alle tot. Ich bewege mich hier blind. Wie lauten meine Befehle? Ende! Spezialist Wilson. Sergeant Kelly hier. Bleib auf der Hut, Junge. Geh zum letzten Sammelpunkt und verschanz dich. Wir finden dich. Ich habe jetzt verstanden, Spezialgewürz Wilson anstatt Spezialisten. Ja, und das war dann auch mit Dr. Bichuga und den anderen zwei. Die Shotgun hat nicht so viel Glück, wie ich es gerne hätte. Wo laufen die denn hin? Ach, praktisch. Die Dinger können sogar schießen. Doch, hier sieht es aus. Ach, es wird immer dunkler. Genau, wenn ich da reingehe, werde ich schon was stören. Da bekommst du ja. Der Kerl war vorhin an der Tür gelehnt, als ich gesagt habe. Kein Gesicht. Würde mich nicht wundern. Gott, hier kann von allen Seiten was kommen. Das ist immer so beklemmend. Oh, Taschenlampe ist aus. Blödlöd. Ah! Bei dem kann ich nicht mal Headshots machen. Das ist aber blöd. Schieß ich die Hände zwischen die Beine? Das interessiert ihn aber nicht. Der hat anscheinend kein Gefühl mehr. Würde mich auch wundern, wenn er da noch ein Gefühl hätte. Aber okay. Oh, da gibt es wieder so viele Wege. Ich gehe erst hier runter. Das war definitiv die falsche Entscheidung. Kannst du mal schießen aufhören? Wir können doch über alles reden. Und ja, die Sicherheitskräfte kommen meistens mit dem Doppelpack. Hier war ich auch am Anfang. Aber auf der anderen Seite vom Glas. Da habe ich durchgeguckt. Genau hier. Wo sie alle an den Excel-Tabellen geschrieben haben. Oh, Medikit. Ah. 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 Medikit. Oh, großes Medikit. So. Aber liebe Leute, nachdem ich schon überziehe, würde ich mal sagen, ich verstecke mich mal hier hinter der Küste. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder voll in Doom 3 BFG Edition. Und ja, stay tuned and solo.